Ja, trinkt generell nichts, was ihr einfach auf der Straße findet. Genau das. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen eben ein kurzes Päuschen. Und artschen danach wieder zurück in den Wüstendungeon. Und gucken mal, wie weit wir diesmal kommen. Von daher, bis gleich. Damit sich Ali nicht beschwert, bin ich sogar wirklich schon mal in den Dungeon reingelaufen. Und habe euch schon mal ein bisschen Weg erspart. Zeiteffizient. Ja. Ganz bis zur Stelle habe ich es nicht geschafft. Da war der Weg doch ein bisschen länger. Aber zumindest ein Teil des Weges. Äh, ich glaube, das muss ich jetzt einmal verschieben. Und dann waren wir schon an der Tür. Also, falsche Richtung. Dauert einen Moment, bis ich das merke. Wir haben nicht viel Streamzeit. Also alles ausschöpfen. Oh, die falsche Richtung. Der Gegner wollte mich. Aber er bekam mich nicht. Na, darf ich noch mal raus? Wieso dreht sich die Kamera hier immer so ekelhaft doof? Ja, der Japan-Tag ist wieder da. Nein, ich habe anvisiert. Ich sollte das nicht tun. Das ist echt ein ekliger Raum. Ach ja. Die ganzen Ratten. Die unsichtbaren. Behold. My almighty red shield. So, alle wieder schön einsammeln. Kommt alle mit. So. So, mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen. So, ohne Schlüssel. So. So hat die Brille vom Kopf fast gehauen. Damit öffne ich mir zumindest, glaube ich, schon mal einen Shortcut. Ja, dann haben wir schon mal den Shortcut offen. Da hinten könnte ich mich rüberziehen. Aber das würde keinen Sinn ergeben, das zu tun. Also lasse ich es. Also lasse ich es. So. 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 kleine Schlüssel, was, wie wir hier im Wüsten Dungeon festgestellt haben, nicht viel ist. In der Richtung ist nichts, dann weiter da. Ich warte echt nur auf die nächste Schlüsseltür, die mir dann sagt, nope, you shall not pass you. Moment, du bist gerade kein Gypto, du bist ein Stahlfuss. Guck mal, ich kann einen Helmspalter. Äh, Moment, lass mich dich einmal kurz sprengen. Bitteschön. Nice. Äh, Mitner, danke für 44 Monate Treue. Supergeil von dir. Geld. Hm. Wobei, wir sind wieder voll. Perfekt. Geld. Das muss man übrigens so sagen. Okay. Dann weiter in die Richtung. Kriegen wir jetzt so langsam mal wieder einen Geist? Hm. Ich habe das Gefühl, irgendwas passiert hier noch. in diesem Raum. In diesem Raum. Aber irgendwie... Ist nichts passiert. Okay. Ach, hier sind zwei auf einmal direkt. Ach nee, gar nicht. Das sind die Geister, aber... Ach, da bist du. Machst du echt diesen Move? Bist du jetzt der Echte? Ja. 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 Habe ich meine Anwesion immer noch auf den richtigen, ist die Frage jetzt? Nein. Du da? Nein. Dann der da. Ja. So. Dann mit. Huch. Dann streifelt auch noch so. Ist dir jetzt was rausgefallen? Ah. Da. So. So. Dann hier weiter. Ich glaube, dann haben wir da soweit alles, ne? Zumindest in diesem hinteren Bereich. Wo war dann der letzte Geister? War da wieder am Anfang? Ist der jetzt quasi einfach hier, wenn ich alle anderen geholt habe? Ich könnte auch einfach dem Duft folgen. Wo habe ich den jetzt übersehen? Jetzt bin ich mal gespannt. Dann weiter in die Richtung. Dann weiter da hinten hin. So. Dann heißt es aber leider wieder hier hoch. War das die Stelle, wo die Viecher so dedicated waren? Ne, ich glaube, es war eine andere. Und dann in die Richtung. Wo habe ich da jetzt echt gerade was vergessen noch? Ist das wieder der... Ist das wieder der Fanraum? Ich glaube, ich versinke gerade im Sand, oder? Darf ich? Nein. Die haben mich wunderbar in der Ecke einfach festgebackt. Vielen Dank dafür. Der Gefahr im Sand indeed. Kann ich nicht einfach die Ohren zuhalten und dann stört mich der Schrei von den Dingern nicht mehr? Schrei aus dem Sand einmal raus. Vor allem, wie gemein ist das? Ich darf mich nicht bewegen, aber alle anderen dürfen mich angreifen in der Zeit. Oh, wait. Ah! Da hinten ist was. Alter! Was ein nerviger Raum. Ja, und dann muss ich auch noch was rausziehen. Oh Gott. Ja, geil. Zwei von denen auf einmal, ne? Die mich schön auch abwechselnd angreifen können. Was? Als ob der andere mich dann noch erwischt hat. Ich wollte eigentlich zur Seite wegspringen. Ich habe keine Worte für diesen absolut beschissenen Raum. Wer hat sich bei Nintendo gedacht, das ist ein guter Raum? Der gehört bitte einmal geschlagen. Oder in diesen Raum gesetzt. So, das Ganze jetzt nochmal mit drei Herzen. Sushi, danke für 89 Monate Treue. Auf Stufe 2 sogar. Super geil von dir. Du bist geiler als dieser Raum. Wer? Was ist da? Was ist der? Oh. Ich bin nicht dieser Raum. Hier, frisst das und das und das und vielleicht noch das. Ich glaube, ich treffe mir den ganzen Bomben. Oh doch, die hat getroffen. Was? Wie schnell war da bitte von der Bombe down? Sind die One-Hit-Von-Bomben? Nein, nicht ganz. Ich habe mir anscheinend vorher noch ein paar Mal getroffen. Ah, die Bomben haben einfach nur einen unendlich großen Radius. Was? Was zum Teufel? Okay. Sind Bomben in diesem Spiel etwa gut? Was ist da los? Jetzt höre ich auch mal in diesem Raum, dass hier noch irgendwas ist. Wenn man hier die ganze Zeit nur durchläuft, weil die ganzen Viecher einen so hart bedrängen, dann kriegst du nicht mit, dass hier hinter der Wand einfach noch so ein Dude steht. Hallo? Hallo? Treff ihn an? So, jetzt haben wir auch die letzte Seele. Ich würde ja mal behaupten, das ist die Seele, die die meisten wahrscheinlich auch verpassen beim Durchlaufen. Weil niemand Bock hat, diesen Raum zu machen. Also, dann darf man einmal zurück und können dann jetzt auch gleich weiter. Also, die ganzen Katten bleiben tot. Und bisher noch ohne Schlüssel. Die kommen gleich noch, die Schlüsseltür. Ja, es hat fast getroffen. Aber ich könnte hier theoretisch ja schon weitermachen, weil ich das Ding ja habe. Da komme ich nicht dran. Aber ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Weil der Weg da geradeaus ist ja der zum Boss. Also, ich müsste jetzt erstmal rechts rum. Das ganze Untergeschoss. Auf die linke Seite kommen. Ja, und dann den Schlüssel holen. Das heißt, wir gehen wirklich einmal im Kreis rum. Ja. Tschüss. Würde ich behaupten. Ich kann die hier einfach vorsichtig runterziehen. Komm mal rein hier. Komm mal in mein trautes Stübchen. Und ich zeige dir mein schönes, starkes Schwert. Wo habe ich eigentlich die Tante übersehen? Kann ja nicht sein, dass die immer noch nicht vorkam. Ne, lass mal. Das ist hoch. Ja. Hier was schönes. Geld. Wo eine Truhe. Zu Truhe sage ich nie nein. Gut, dass ich nicht da lang gehen wollte. Schlüssel für den Schattenpalast. Irgendwann werden wir den auch sicher brauchen. War jetzt hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Los. Da gehen sie. Und da war ich ja irgendwo, glaube ich. Und da auch. Ja, ich hänge jetzt ganz runter, ne? Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal die Technik fürs Blankziehen bekommen. Die Technik habe ich auch super gerne benutzt. Passert einfach so komplett Risiko. Nein! Nein! Wee, 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 wee. Ja. Wobei. Ich könnte zum Boss gehen. Ich komme doch nur nicht hier an den ganzen Stuff dran. Aber ich könnte zum Boss gehen. Ja. Bei den Stuff habe ich. Weißt du, wir können endlich unseren ersten Boss machen. Was ist da los? Jetzt habe ich da die Tür zugemacht. Die geht sicher irgendwann wieder auf. Wenn man zu faul ist, zu Fuß zu gehen, dann macht man das hier. Wee! Ich bin zu weit gegangen. Runter. Nein! Ablecken. Ablecken? Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade ablecken sagen wollte. Ich wollte abbrechen, sagen. Ich glaube, sie stehen. Ist doch sicher in irgendeiner Flasche eine Fee drin, oder? Nein. Keine Fee für mich. Ja, dann. Boss time! Kommt mal wieder. Abbrechen, 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 abbrechen. Will keiner mit mir Spaß haben. Dann gehe ich halt. Hallo? Muss ich auf den Kopf kacken? Ah. Muss ich ja. So. Hallo? Erstmal die Wirbelsäule zerstören. Ohne Wirbelsäule lebt es sich übrigens sehr schlecht. Von daher, passt gut auf eure Wirbelsäule auf. Ich liebe diese Stelle. Wenn man sich da immer wieder hinarbeitet. Wir beschützen. Frech. Ja. Nein, nicht ganz. Hat er gar seine eigenen Viecher gekillt. Wie nett von ihm. Oder auch nicht. Wow. Da kam was. Nein! So. So. Diese modernen Beyblade-Arenen haben sich echt verändert. Ja. Eigentlich muss ich jedes Mal, wenn ich auf das Ding rauf springe, immer so rufen. Let it rip! Hattet ihr früher auch einen Beyblade? Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal mit meinem Bruder zusammen, während wir mit meinen Eltern bei einer Eisdiele waren und uns draußen vor der Eisdiele hingestellt haben und in einem Karton dann Beyblade gespielt haben. Das war witzig. Das war witzig. Das war meine einzige Beyblade-Erinnerung, die ich habe. Wir haben uns dann einfach, weil wir halt Eltern unterwegs waren und wir eigentlich keinen Bock hatten, Eis zu essen. Das ist irgendwie ein seltsamer Gedanke. Wahrscheinlich haben wir schon unser Eis gegessen und unsere Eltern haben dann noch halt einen Kaffee getrunken. Und wir haben uns dann halt gedacht, gut, dann verbringen wir mal auch ein bisschen Zeit und spielen Beyblade. Ja ja, das war's. Das war's. Vielen Dank.